hallo ihr lieben es ist wieder soweit eine neue folge online ich freue mich riesig dass ich ja auch mit freude drehen kann dann ist es lange her dass ich das so machen konnte ich habe natürlich weiterhin videos gebracht die letzten monate aber ja meine welt sah ein bisschen anders aus und ich habe ehrlich gesagt auch eine horrorzeit hinter mir und bin jetzt an einem punkt wo ich tatsächlich mal sagen kann der frühling ist auch bei mir angekommen mit breiten lächeln eigentlich war heute erholungstag angesagt und bin ich doch im garten weil wenn die natur ruft ist das so also mein fenster geht in die richtung und es wird immer heller ja da kann man dann nicht von ab dann mit hummeln und morse hier dann doch noch im garten zu erscheinen heute wird es dann auf jeden fall in diesem video um das gehen was ich so aussehen möchte im garten und das ist schon eine menge die ich so mit habe das werde ich auch gleich noch auf dem tisch ausbreiten euch mitnehmen parallel sind natürlich auch sachen wieder passiert die dinge wachsen die natur die beschenkt einen echt wenn man da mit so viel liebe rangeht im detail ich habe ja die videos gedreht was war es februar märz ja gartenarbeit auch mit floh wo ich dann hier so in den beeten unterwegs war und gezeigt habe was ich da eingesät habe und ich bin schon richtig fleißig am ernten gewesen ich habe schon richtig schön salat gehabt je nachdem wo ich jetzt im garten unterwegs war über wildkräuter ich habe euch das auch in den letzten videos gezeigt ist dieses jahr ganz besonders also nicht vergleichbar mit den letzten jahren da ist bei mir was gewachsen und ich kann so als rückmeldung geben das tut dem körper richtig gut wenn sie aus dem eigenen garten auch wildkräuter ganz ganz wichtig dir dann so das geben was du für den alltag brauchst also ich habe hier so ein bisschen mit brennnesseln angefangen und ich muss sagen brennnessel hat murder power also was da drin steckt ja ich hatte ich hatte schon immer ein sehr gutes körpergefühl und weiß was bei mir los ist und deswegen kriege ich auch bei bei der ernährung wirklich ich sag mal bewusst mit was ich in meinem körper dabei ändert und ja für das was ich so konsumiert habe aus meinem garten was ich genascht habe ja auch von der menge her ist für den körper richtig viel rum gekommen naja die sonne ist jetzt weg das wird sich wahrscheinlich auch so dieses video durchziehen jetzt direkt mal gefühlt zehn grad weniger aber wir ziehen das einfach mal durch habe mich jetzt ein bisschen rausgebracht wo war ich denn gerade stehen geblieben könnte mir helfen ja ich würde sagen frontal bestrahlung beenden mal und wir widmen uns mal der geschichte und da zeige ich euch einmal was ich da so mitgebracht habe ich habe es ehrlich gesagt noch nicht sortiert das mache ich jetzt erstmal ja sind ganz verschiedene sachen und gestern war ich mithilfe im gewächshaus und konnte noch mal ein paar sachen aussehen das ist ja noch eine geschichte die habe ich ja im dezember gekriegt da weiß ich nicht bis heute nicht was das ist ist das vielleicht eine melone haben wir gestern auch in die erde gesteckt da mit einem dicken fragezeichen mich gespannt was das wird ob man das irgendwie noch herausfinden kann pine kohl rausgebracht noch mal verschiedene zucchini sorten kürbissorten noch mal zucchini luffergurke wurden mir alle ist nichts geworden also noch mal probiert habe ich sogar noch eine zweite packung gefunden ich dachte ich hätte keine mehr hat mir jemand nämlich mit saatgut eigentlich weiter geholfen dann hatte ich es doppelt da werde ich mich auf jeden fall noch mal revanchieren falls du zuguckst und hier was haben wir da dann müssen wir erstmal gucken also kohlrabi superschmelz ich habe bei der geschichte ist das so mit dem kohlrabi ja habe ich ja andere sorten auch angebaut also einmal die normale größe die ihr da draußen meistens auch kennt bis auf die natürlich den kohlrabi superschmelz dann schon mitgekriegt haben ja ist einfach ein ein teil was riesig groß wird ich hatte da echt tolle ernten und geschmack auch mega toll holzigkeit ist da ausgeblieben also viele viele gute eigenschaften also superschmelz in kohlrabi kann ich euch empfehlen und worauf wollte ich gerade noch hinaus genau eigentlich hier aussaat mal bis juni gut sie ich habe glaube ich im vorletzten jahr ziemlich früh angefangen und ich glaube ich muss das jemand zusammenrunde wird mir weg ja wie ihr seht wind 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 jetzt hier nebenbei einfach mal weiter und zwar der kohlrabi ist eigentlich später dran mit aussehen das werdet ihr hier bei mir dann auch im laufe des jahres mitkriegen wann ich das mache wie es eigentlich sein soll ich habe aber vorletztes jahr das früher gemacht in einem normalen anzug da könnt ihr euch vielleicht erinnern da habe ich doch meine ganze fensterbank voll gehabt mit töpfen noch und nöcher und da waren natürlich auch kohlrabi bei ja und die habe ich dann nachher hier raus gekriegt und das war soweit echt ein hammer was dabei rum gekommen ist dabei habe ich mir das natürlich auch mit den mit gewissen tieren geteilt was an ernte stand aber da habe ich ja sowieso weniger schmerz mit jetzt mir noch was eingefallen und zwar habe ich noch mal ein video geguckt ich weiß nicht mehr von wem das war beim thema vergeilen also jetzt gibt es ein bisschen mehr wert für euch da draußen es gibt auf jeden fall jemanden der selbst wenn es pflanzen gibt die irgendwie vergeilt sind war es in der vergangenheit so es ist nicht dramatisch wenn die lang und dünn geworden sind man kann die also beispiel tomate physales und so also da wo sich unsere härchen bilden ich habe das gerade nicht genug eingegrenzt das habe ich dann jetzt hingekriegt da könnt ihr die auf jeden fall ein stück tiefer setzen und dann kommt die pflanze immer noch gesund und munter durch den durchs garten ja so was haben wir noch naja das habe ich verpackt das kann einmal zur seite dann habe ich hier sachen die wahrscheinlich noch mit des monats dran sind den rosenkohl was haben wir da da haben wir kann ich nicht sehen ach so meis 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 da wahrscheinlich auch meist ne knollen fändchen ist da noch zwischen und der chinesische sellerie habe ich hier wohl noch zugepackt das sind auch noch kandidaten das ding war ja fertig so und dann haben wir hier noch die kresse aus dem letzten jahr die ich geendet habe die werde ich auch noch irgendwo verteilen ich zeige euch das damit ihr euch da draußen einfach so ein bisschen inspirieren lassen könnt was man denn so gerade zur zeit im garten bringen kann also hier man gold wäre es gar nicht gelesen hat nicht dass ich das vergesse zu erwähnen so hier wartet ja noch viel mehr und zwar habe ich hier gut genau ich habe ja gartennachbarn gekommen bekommen da habe ich den bischen saatgut geteilt mit den bischen saatgut geteilt also das ist schön die sonne ja das so gut ja das ist das das sind auch so sachen die könnt ihr übers jahr verteilt ich erwähne es schon in den letzten videos wieder spinatkarotten radieschen die könnt ihr gut mischen die habe ich auch in meinem hochbeet wer das irgendwie verpasst haben sollte in dem garten rundgang im letzten habe ich das auch gezeigt und daher gab es auch riesen fortschritte riesen ernte schon macht er auf jeden fall schon richtig freude ja das ist das sollen wir noch mal mehr rausholen also ich habe hier noch jede menge sachen der liebe nils hat mir letztes jahr noch zuckermaisrot auch noch überbracht aber ich muss sagen ich habe noch riesen maiskolben zu hause genau die darf ich auch nicht vergessen dann mitte märz mitte april aussaat ist perfekt für mais auch wenn man ein bisschen später dran ist da kommt auch noch was warum ist halt so eine wetterlagen frage und wie ihr wohnt so dass mein pikierstab gut dass ich den wiedergefunden habe dann geht in sachen man jetzt stehe ich auf dem schlauch mangold noch mehr dass hier sind die mangold farben wir hatten ja gerade schon mangold dann habe ich hier so ein paar sachen bei denen ich noch nicht weiß wie ich da vorgehen soll ist das ach so das ist blumen 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 das lasse ich komplett außen vor das hat noch zeit so das war zum wegwerfen genau sondern habe ich hier noch ein bundle für wenn ich da nicht also hier habe ich einfach noch tütchen gefunden bei denen ich mir unsicher war jemand zum zeigen noch mal mohn hier haben wir gewürztagete ist noch mal drunter dann habe ich hier unten noch mal bunte beete dann haben wir noch die zwiebelsorten also es sind alles sachen die ich mir jetzt raus gesucht habe die für mich für diesen monat noch auf dem zettel stehen und ihr wisst ja für mich ist das nie zu spät das hatte die letzten jahre auf jeden fall gezeigt einfach machen da kann man so viel erfahrung sammeln und das ist festigt sich und das kann man dann auch mit den mitmenschen teilen das ist immer eine riesenfreude wenn irgendwie durch meinen garten tingelt und dann neugierig ist wie alles funktioniert und man dann von seinen eigenen erfahrungen erzählen kann und das ist ja auch direkte erfahrung und wie ich dann vorhin schon erzählte unten in bayern läuft das nicht so wie bei uns hier also stimmig kann viele regenperioden haben hat die letzten zwei jahre gezeigt kein tomatenjahr im sinne von so richtig schub ich hoffe dieses jahr geht mal was habt das wirklich richtig schön finde oh ja sonne bitte ja bitte bleibt doch einen moment ja so wo mich denn jetzt stehen geblieben direkte erfahrung tomatenjahr tomatenjahr will ich noch zu ende bringen ich habe heute wieder den sabbelfilip tomate 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 jetzt bin ich echt rausgekommen ja das erste jahr waren tomatenjahr das war echt toll also auch freiland geht richtig ab das kann ich euch empfehlen freiland sowieso ausprobieren ich ziehe ja auch von den pflanzen die durchgekommen sind habe ich auch schon jede menge tomatensamen gezogen und ja solche sachen kommen dann da rein aber es gibt ja genug saatgut was mich dann auch gerade im dezember noch mit erreicht hat ja und das gilt es dann zu testen mal gucken bei den schwarzen tomaten habe ich zum beispiel die erfahrung macht also überall wo dieser lila touch drin ist dankeschön da kann auf jeden fall da muss man ein bisschen mehr geduld entwickeln weil das sind tomaten die sehr spät reifen und von daher also das habe ich auf jeden fall bemerkt das hat sich gehören mich hat wieder ein vogel abgelenkt ich kann sagen bei mir sind regelmäßig die die zaunkönig unterwegs und ich habe irgendwie ein bisschen was dazu gelesen die sind nicht also wenn man die im garten hat kann man sich echt freuen das macht mich auch echt sehr glücklich weil wenn die hier rumtrellern die kleinen oder hier in der weide sitzen und so ist echt ein echten genuss rotkehlchen also die vögel wären auch definitiv mehr bei mir ist natürlich auch eine frage der wahrnehmung egal wir waren beim saat gut so und hier geht ja noch und hier geht ja noch so viel mehr habe ich noch so packung alles was du zu mir gefunden hat letzten jahre verzähl ja habe ich ringel blume ja das sind halt zusammen auch mal würde eigentlich eigentlich habe ich das schon ausgesät hier das sieht doch schon mal gut aus wenn ich was abhaken kann wieso habe ich denn so viel mitgenommen habe ich wo was auch noch mal verzähl ja dann gucke ich noch nach kornblume ja das ist also ja eigentlich macht das auch sinn weil wir da kommen auf jeden fall noch noch geschichten dazu und ich habe natürlich auch für meine neuen nachbarn bisschen bisschen auch jetzt wieder her geschafft davon ist noch so ein beutel der da und das sind halt so sachen die man ja auch weitergeben kann ich habe von anfang an auf meinem kanal auch ich habe auf jeden fall von anfang an auf meinem kanal auch das teilen gefördert teilen macht nicht nur glücklich sondern das macht auch andere glücklich und ja wenn man und ich muss sagen also ich werde nicht alle saatgut was wir ja irgendwie zu mir findet irgendwie einen garten einbringen können aber ja das was man so im überfluss hat bevor man das irgendwann wegwerft dann teile ich das doch lieber ist doch eine schöne sache das hilft doch allen weiter ja ich gucke hier noch mal die päckchen rein hier das sind nur aufbewauen das was draufsteht ist gar nicht drin so ist mir schon was ausgekippt ringelblumen mischung blumenwiese ringelblumen ja genau da haben wir vorne auf der blumenwiese der hier die hier hinten also das ding macht schon freue sich schon überall was grün ist aber ihr merkt das ne ich habe hummeln im mors das geht auch gerade nicht anders ich bin so gut drauf das war so eine so eine lange harte zeit muss ich ehrlich sagen und jetzt lichten sich die dinge und ich habe mal weniger um die ohren womit ich klarkommen muss das stört einen dann auch die wolke vor der sonne nicht weil die sonne kommt sowieso gleich wieder nichts ist beständig irgendwann hören die dinge immer auf die einem irgendwie gequält haben und ja deswegen sonne kommt zurück saatgut sind wir durch beim nächsten mal denke ich wird es darum gehen dass ich den flow wieder hier habt der hilft mir ja dieses jahr vielleicht wird es auch eine längere geschichte auf jeden fall echt toll ja wir wollen das ein oder andere beet angehen und ja da gibt so wir haben uns eine zahl 10 festgelegt wir wollen bis mit dem nächsten monat 10 beete fertig machen also aussaat vorbereiten was auch irgendwie anfällt und ich denke das ist eine super zahl also das keyhole beet ist eins ist ja doch schon ein bisschen größer kompost guckt das im verhältnis an das ding wird auf jeden fall noch ein bisschen zeit in anspruch nehmen aber ich muss sagen ich habe es jetzt ja mal sein lassen im vergleich zu sonst da habe ich immer früher mich darum gekümmert und ich finde hier wurde ich belohnt was ich da so in die erde rein frisst durch das mulchen was ich hier tut boden leben boden leben gewesen die sich darum den boden kümmern und ja im großen ganzen das wird eine geschichte die wird beim umgraben quasi und vorbereiten für die pflanzung der pflanzen von der voranzucht ja das wird noch richtig spaß machen das ist immer so eine freude dass wir versuche euch da draußen ein bisschen anzustecken mit den dingen dass wenn man so einen anderen blickwinkel einnimmt und arbeit ist dieses wort auch mal irgendwie weg schafft und sagt so ja heute darf ich im garten sein ein bisschen die hände in die erde stecken sich ein bisschen schmutzig machen die erde fühlen und da ist immer so viel verbindung drin leute ich hatte vor drei wie lange ist das jetzt her dezember 2017 habe ich angefangen ich hatte am anfang mit all dem nichts am hut also mit gärtnern hatte ich nichts am hut und ich habe es einfach gemacht ich habe probiert ich habe viele sachen ausprobiert ob es das wird oder nicht das spielt am ende dann keine rolle weil das was da an antworten an erfahrung rauskommt und auch ein gefühl wenn man einfach die dinge irgendwie ein bisschen anders betrachtet ja da kommt einfach vergnügen bei rum und das kann sich nicht nach arbeit anfühlen also ich freue mich schon ganz riesig auf dich flo ich weiß du bist jede folge wir wollen eigentlich erst heute starten dann habe ich gefragt hier sollen wir das noch mal schieben da wurde ich mich erholen bin jetzt trotzdem hier ja und jetzt ist das dazu gekommen dass man habe ich ein glück guck mal da hinten hin also da würde ich ja mal sagen mit den 2000 die gleich mal so symbolisch durchfliegen habe ich eine menge glück gehabt also hier ist so eine schneise wolken da hinten ist auch dunkel ich glaube ich kriege jedoch gleich noch besuch ich werde mal ein bisschen gas geben wo war ich denn jetzt stehen geblieben floh vor freude morgen geht es los ich bin trotzdem hier ich weiß das nicht mehr spielt auch gar keine rolle jetzt wird es einfach weiter gehen ich freue mich auf ein echt tolles garten ja jetzt geht es bei mir auch endlich los vorher hat mir die freude gefehlt die lieblosigkeit sieht man im gewächshaus auch muss ich muss ich gestehen es liegt aber auch daran dass mich einfach ein paar sachen frustriert haben und ich da nicht so wirklich ja meine kraft und liebe reinstecken konnte weil ich sie für mich selber brauchte um jetzt hier auch so stehen zu können ja das geschichtchen ist abgehakt es gibt jede menge andere sachen im garten es gibt jede viele ganz tolle sachen zu ernten und ja aber nicht heute ich denke beim nächsten video auch nicht weil dann sind der floh und ich hier erstmal mit beten unterwegs wird ausgesät ich habe euch gerade die sachen gezeigt ja und das wird das wird ein tolles garten ja ich habe ganz tolle unterstützung ich hatte auch ganz toll besuch jetzt auch gestern im garten das war auch eine wonne und jetzt geht es auf jeden fall ja mein magen gleich gut weil ich werde jetzt gleich ein bisschen ja aus dem beeten noch mal ein bisschen zupfen und mir ein bisschen salatmäßig was fertig machen schön mit olivenöl salz pfeffer gebeben hatte ich gestern auch als besuch da war auch sonne gerade zum abschluss noch mal vielen dank fürs zusehen danke fürs bis hierher kommen und wir sehen uns das nächste mal wieder so jetzt geht uns futtern